Musik Guten Morgen! Könnten Sie unseren Zuschauern sich kurz vorstellen? Mein Name ist Katrin Gröschel, ich arbeite in der Stadt Zeitz, bin Stadtjugendpflegerin und begleite zurzeit den japanischen Schüleraustausch. Und was habt ihr heute vor? Heute fahren wir nach Jena und besuchen das Planetarium, anschließend den Botanischen Garten und lernen Jena kennen. Und haben Sie etwas Besonderes erlebt, ein kleines besonderes Erlebnis, was Sie vielleicht uns berichten könnten mit unseren Gästen? Wir haben uns bemüht, jeden Tag etwas Besonderes zu erleben. Wir waren gestern in Zeitz und haben die Region kennengelernt. Wir waren auf dem Reiterhof, unsere japanischen Gäste konnten alle auf dem Pferd reiten. Wir haben die Mühle in Bockwitz angesehen und waren im Milbenkäsemuseum in Würschwitz. Wir waren im Buchenwald und haben auch schon die Arche Nepra besucht. Und wie ist mit dem Essen, essen Japaner alles? Das gehört dazu, auch die deutsche Küche kennenzulernen. Guten Morgen, mein Name ist Henry. Und wie ist Ihr Name? Mein Name ist Kyoko. Guten Morgen. Guten Morgen. Und Sie sind das erste Mal in Zeitz auf Besuch im Rahmen eines Austausches. Und wie ist Ihr Name? Javinsky Felix. Ah, so. Und Sie sind der Dolmetscher-Offizieller. Genau. Und jetzt erzählen Sie unseren Zuschauern ein bisschen was, was ihr macht. Und hier, in diesen zwei Wochen, was ihr macht? Hä? Was macht ihr? Ein zwei Wochenprogramm, was ihr euch macht? Ähm, ich bin in vielen Bereichen, wo ich in den Wohnungen gehen kann. In den Wohnungen, in den Schäden, in den Schäden, in den Schäden. Also wir sind in viele verschiedene Orte gefahren und unter anderem in Museen und in Zusehenswürdigkeiten. Hat Ihnen das bisher sehr gut gefallen, die Reise? Oder haben Sie etwas Besonderes erlebt, was Sie erschrocken hat? Ähm, es hat ja bisher sehr viel Spaß gemacht. Und am meisten hat Sie beeindruckt, dass die deutschen Familien mit den japanischen Kindern so gut zurechtkommen. Da freue ich mich richtig. Dann wünsche ich Ihnen noch einen sehr schönen Aufenthalt. Ähm,では, äh,次の 3日間, 4日間ぐらい楽しんでください. Ich freue mich über dieses kurze Interview. Ja, Interview,ありがとうございます. Ähm,では,これから, äh, ein Videoをカットして, die YouTubeにアップさせていただきます. Und jetzt noch den letzten Gruß in japanisch an die Zeitsa. Dann, äh, äh, mit ein Winther ¿un? Ähm, äh, mit ein ZAETS. ZAETS. Vielen Dank. Bitte schau? Vielen Dank.